Wir graben uns in das Feindesland und nehmen ihn Stück für Stück. Jede macht und jedes Glück und erobern es zurück. Von wem eigentlich zurück? Diese Fragen und weitere Fragen werde ich wahrscheinlich nicht beantworten in einer neuen Folge von... So, müssen wir mal gucken. Also, ich würde mal sagen, hier Baracke. Und hier Speer. Wollen wir mal gucken, in welche Richtung sich das überhaupt lohnt. Okay. Militärgebäude besetzt. Militärgebäude verloren. Militärgebäude verloren. Nein, irgendwie nicht. Na, ist doch fantastisch. Überall Steine, Schweine. Es kommt nichts mehr voran. Das ist so wahnsinnig. Die tausend Steine zu transportieren, das ist halt auch einfach eine irrsinnig witzige Idee. Ja, also eine irrsinnige Idee. So richtig witzig bin, dass meine ganzen Transporter wahrscheinlich nicht so, aber ja. Der ist Moussen. Ähm, ja. Wurde ich angegriffen und habe schon wieder Gebäude verloren. Wenigstens hat das besetzt. Kann ich gleich abschießen. Das wäre schon nett, wenn mein Katapult sagen würde. Das machen wir jetzt mal. Na. Das hat uns dann quasi getan. Wir bauen hier noch einen Katapult. Naja. Okay. Was habe ich mir dabei gedacht? Ach ja, nichts. Ich will ja auch eigentlich wirklich nur bis zu diesem Portal. Let me take the portal. There is a general coming. So. Der General besetzt und... Hm, hm. Hier ist Schluss. Das heißt... Ja gut, wir gönnen uns noch das... Wir gönnen uns noch das Katapult. Wir gucken mal, ob wir hier noch was finden. Ich glaube, es war nicht mehr so richtig, aber... Hey, wer weiß. Vielleicht kann ich ja doch noch mal ein paar neue Soldaten basteln. Einfach, weil mein Gegner nicht alles abarbeiten konnte. Das wäre natürlich schon irgendwie skurril. Aber es kann sein. Man sollte das nie unterschätzen. Die KI ist doch manchmal schlechter, als man denkt. Und hier wird transportiert, transportiert. So, alles nach vorne. Gut, da kommt ein Oberoffizier. So. Ein Offizier. Hm. Ja gut, Wasser zählt nicht. Wow. Er findet Wasser. Also nichts, was mir hilft. Nichts, was mir hilft, um die Römer zu besiegen. Dann muss man so... Ja. Hm. Was passiert wohl gleich? Drei. Zwei. Eins. Hier ist ja doch deine Fahne. Sagen wir mal so. Und... Oh ne. Kann man Fehltreffer haben. Okay. Na denn. Fehltreppe malen bitte nicht mehr. Okay, hier unten machen wir noch was kaputt. Aber ehrlich, die Frage wäre doch, wo ist dieses Portal? Wir wissen, die Siedler ist das erste Spiel, in dem es um Samariter trinkt mal weniger Zielwasser und zielt mal besser. Also wirklich. Ich habe ganz geschwäst. Ich habe ganz geschwätzt von den Leuten, die ich nicht mehr höre. Und sogar obwohl diese nie mehr in der Lage ist, ordentlich zu treffen, das Ziel. Das ist halt so. Da kannst du halt nichts weiter erwarten. So läuft der Hase. Ja, das war ein Volltreffer. Aber ein voller Treffer. Aber so eine Behinderung noch Zwiebel. So. So. Vier Steine. Dann schieß mal den Kollegen geboren ab. Oh. Dann gibt es aber noch mehr in Reichweite. Das ist doch super. Jawohl. So. Dann kommen die beiden Speer, die ich mal ausgebildet habe. Gucken sich das an. And the Catapult. Ja. Alles so gut ist. Es funktioniert ja einfach nichts mehr. Ach ja. Wie viele Steine haben wir mittlerweile? 600. Okay. War ja auch noch nicht mal. Das ganze Holz. Wir produzieren dann noch Holz. Aha. Ja. So. Dann machen wir es doch mal. So. Ha. Schade. So, die Herren können da also gerne mal hinschießen. Da unten ist Schluss, ich muss mich also irgendwie nach da oben arbeiten. Das da unten ist eher so eine Schönheitssache, kann ich mir jetzt nicht so unbedingt erlauben. Wie wichtiger sind halt hier diese Baracken. Dabei sollte ich mal gucken, wie viele Soldaten eigentlich da eigentlich machen. Okay, also boah, das ist nicht so viel. 21 Generäle ist natürlich cool, aber die Anzahl der Soldaten insgesamt ist schon rapierend gering. Er hat auch mal wieder welche Verlierer und mein Gegner hat jetzt zwar mehr verloren durch Steine und alles sowas, aber wir wissen nicht wann Schluss ist. Haha, abgeschossen. So, dann besetzen wir das mal und gucken mal, dass wir hier gleich mehr weitermachen. Und hier bauen wir wenn möglich noch ein Katapult. So. Weil üblicherweise hat er es so gemacht, dass er dann das Haus irgendwie besetzt hat und dann hat er dann meine Baracke angegriffen. Gucken wir mal. So, jetzt kommen erstmal die ganz normalen Transporteure. Logistik. Also ich würde sagen, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Hier unten ist der Gegner weg. Ich muss sehen, dass ich zu diesem Portal komme. Okay. Na gucken wir mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon gut dabei. Die Baracke ist gleich fertig. Der Pult wird auch gebaut und beliefert. Das passt doch alles. So, jetzt brauchen wir noch einen Soldaten. Den haben wir sogar noch. Wow. Kann ich hier mal gucken. Das müsste man ja dann hier sehen. Hier habe ich noch. Oh, ordentlich schlecht. Acht habe ich noch. Hätte ich jetzt mit weniger gerechnet. Auch wenn acht nicht ausreicht. Na ja. So ist das. Kannst du dir nicht ausdenken. Nein. Leider nicht. Oh. Oh. Tut mir fast leid. Okay. Jetzt geht es los. Steine. 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 Das Dumme ist ja. Die ganzen Steine, die ich hier hin liefere. Geht halt wirklich nichts mehr anderes raus. Ich blockiere meine ganze eigene Wirtschaft. Ich brauche sie auch nicht. Ach. Himmel. Ernsthaft jetzt. Jetzt echt noch, dass ich hier einen Katapult baue. Na gut. Dann baue ich da noch einen Katapult. Oh ey. Och. Das gibt es doch nicht. Himmel. Immer diese Gegner. Das kostet mich unnötig Soldaten. Ich habe nicht mehr so viele Soldaten. Ich habe alles mögliche. Steine. Holz. Aber keine Soldaten. Ich habe immer noch nur 8. 8. Ha. 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 Das Spiel zieht sich in die Länge. Ha. 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 Na ja. Ah. Oh je je je. Der unteroffizierstiefel los. ja das geht das war mir fast klar ich habe es versucht und funktioniert wir haben noch mehr soldaten frei ist nur die frage man ging dann immer 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 generäle woher um himmels willen nimmt er nur diese generäle also jetzt noch so spät im spiel meine ich tja was soll ich sagen ich befürchte wir werden es nicht waren nicht in diesem spiel also nicht in diesem video sondern erst im nächsten ich hoffe dass das alphabit genug umsterben hat also ich spiele schon eine ganze weile und jetzt wird ja erkundet hat ja im prinzip nichts das ist ja eigentlich das ganz fatale daran der ist doch am ende genauso pleite wie ich das zieht sich eigentlich kann ich nur hoffen dass ich zwischendurch mal im kampf gewinnen sonst habe ich ja gar keine chance das ist eigentlich der einzige vorteil katapult drauf und kampf die kaputt schießen da kaputt schießen himmel 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 so katapult hier bretter ja und zwei steine so das übrigens eine anzeige die ich sehr sehr schön finde ja in diesem idyllischen bild vom bau eines katapults möchte ich mich verabschieden und sagen mal dankeschön dass ihr mir dabei zugeguckt habe wie ich mich hier so durch die entwogen dieser mission krieche ich hoffe ihr habt genauso viel geduld wie ich aber ich habe den vorteil ich sehe es nicht woche für woche für woche ich hatte ein bisschen zeit dazwischen gönnt mir den spaß weil das ist keiner naja ok da würde ich mal sagen wir sehen uns auf der endcard und bis dahin und beim nächsten siedeln wenn ich jetzt bin ich schon wirr das ist ja so lange dauert nötland hinten und vorne und überall und keine soldaten mehr und nur noch steine rief durch also wir sehen uns wenn ich dich das nächste mal durch das land des gegners grabe und auf der endcard bis dahin viel spaß beim selber siedeln wünscht euch der sichtlich zermürbte und verwirrte ha ha ha